So, wieder da! Wenn ich jetzt schlau war, beginnt jetzt ne neue Folge, wuhu! Und damit heiße ich herzlich willkommen zu Let's Play Battle Kit. Ja, ich hab einfach mal just for fun. Ja, irgendwie, ich versuch mal den anderen Weg. Äh, das letzte Mal sind wir hier aus dem Gewässer endlich auftaucht und kommen hier in irgendwie so eine feuchte Grotte, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Naja, ach verdammt, sterbe ich jetzt. Ähm, ja, ich hab letztes Mal über irgendwelche Themen geredet, wie meine zukünftigen Projekte und hab wahrscheinlich auch mittendrin abgebrochen. Aber ja, haha, ich kann jetzt nach ner kurzen Pause nichts sagen, äh, wie, wo, was ich nochmal gelabert hab. Okay, und zack, so. Und rüberfliegen. Wunderbar. Wobei ich jetzt mal versuchen kann, ob ich den abschießen kann. Ich möchte jetzt einfach mal ein bisschen diesen Weg probieren. Und da, und zack, zack. Oh, ich hab sogar geschafft. Und was haben wir hier? Ach, das Viecher. Oh, diese Viecher. Na, komm schon. Oder ich hab ne Idee. Nein, das hätte klappen können, aber hat es nicht. Naja. Ich gehe trotzdem wieder meinen normalen Weg. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Also nach oben den Wasserfall. So. Ich bin leichter aus der Pust. Ich muss gerade noch so irgendwie ein bisschen Luft schnappen. Also, wenn ich so ein bisschen hier schnaufe... Kann ich den... Nein, kann ich nicht töten. Dann verzeiht mir das bitte kurz. So. Ja, wie gesagt. Immer noch am Gipfel des Wasserfalls soll das besagte Item sein, das ich brauche, um unter Wasser zu atmen. Und ich hab wieder das verpeilt, dass das Viecher noch weiterschießt. Und, oh, ich bekomme gerade eine Nachricht. E-M-Finale bei Gamigo. Warum bin ich da angemeldet? Naja. Okay, weg von meinen E-Mails, weiter zu Battlekits. Timmy kommt immer weiter. Ich bin erstaunt, dass ich überhaupt so weit in diesem Spiel langsam vorankomme. Ich weiß nicht, irgendwie jedes Mal am Anfang einer Battlekit-Aufnahme bin ich irgendwie immer unmotiviert. Aber irgendwie ist es ja immer so, dass ich in letzter Zeit bei den Battlekit-Aufnahmen Erfolg habe. So, das hat geklappt. Und das müsste jetzt auch klappen. Und das könnte gefährlich werden. Und zack. Ja, genau deswegen. Nein, wir wollen kontinuieren. Wobei, ich bin immer so frei und lege mir ein Safe-State. Ich hoffe, ich hab's jetzt zusammen gemacht. Ich hab zwar die Aufnahme und alles und drum und dran, aber... Sollten ein Safe-State jetzt dann doch noch ein bisschen sicherer? Gut. Ah. Und, das ist tot. Ich muss mir jetzt überlegen, irgendeine Strategie für den Teil, wo ich gerade gestorben bin. Hm. Und... Hörbä... 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 Hier hoch und... So, die töten. Die ich auch noch töten. So. Ach, Gott sei Dank. Ich bin echter Stamm. Wie gut, die hier alles getimt haben. Hier geht's nochmal kurz weg. Ach, Gott. Hätte ich im Springen noch machen müssen. So, hoch und hier hoch. Ah, ich glaube... Hm. Ich habe eine Theorie. Und zwar, ich muss ja ganz nach oben auf den Wasserfall, damit ich die Fähigkeit bekomme, unter Wasser zu atmen. Das würde heißen, wenn ich da oben angekommen bin, kann ich da unten irgendwie weiter. Das ist jetzt meine Einfach-Theorie. So. Der Teil ist jetzt eigentlich gar kein Problem, weil ich da schon das Muster erkannt habe. So. Ist ja eigentlich auch kein Problem, weil ich da auch schön rüber gleiten kann. Hier beginnt das Problem. Ah, das lief wunderbar. Und hier sieht's mir zu leer aus. Hier hätte ruhig noch was passieren können, glaube ich. Oh, Gott. Oh, komm. Ah, okay. Ja, komm. Zack. Zack. Ah, das ist ganz... Oh, Gott. Und. So. Zack. Nein. Ah, ich darf nicht gleiten. Okay. Und. Zack. Ah, schon wieder. So. Aber ich bin noch nicht tot. Ich möchte gleich... Und. Zack. Ah, ja. Wunderbar. So. Was haben wir hier? Wir haben auf der Seite... Na, das sieht nicht gut aus. Ist da ein Checkpoint? Ja, Gott sei Dank ein Checkpoint. Oh, irgendwie ist das Spiel jetzt ziemlich einfach. Es wird sehr einfacher. So. Oh, hier kommt es zum Vorschlag. Aber der macht hier eigentlich... Na? Zack. Ich komm da grad nicht rüber. Das ist unglaublich. Okay. Dann hab ich da irgendwas wahrscheinlich falsch gemacht. Und hier war ich ein bisschen zu schnell. So. Ja, aber ich... Finde grad irgendwie... Nicht, dass hier irgendwie... Jetzt hab ich's geschafft. Oh, Gott. Und. Zack. 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 Ah, das war gut getimed. Oh, Blöckchenspiele. Zack. Äh. Zack. 17. Oh, Gott. Das wird's ein Spaß. Und. Ach, Gott. Ich muss gleiten. Oh, ich hab's mir schon versaut. Na, ich war jetzt wahrscheinlich wieder so ruhig. Aber, naja. Was soll's. So, und. Zack. So. Hier. Na, ich frag mich, wenn ich so einen Schuss lang warte. Wenn sie den ersten abgefört haben, ob ich dann losspringen kann. Aber dazu müsste ich erstmal auch normal springen. Und. Hepa. Und hierhin. Jetzt ist er vorschlägt. Und so. Zack. Jetzt, meine ich. Nein. Dann warte ich mal zwei Schüsse. Weil da gibt's sicher einen Moment, in dem ich problemlos rüberfliegen könnte. Eins. Zwei. So. Ja, nach zwei Schüssen kann ich da rüber. Zack. Zack. Und. Ah. Ach, Mann. Es ist unglaublich. Sowohl meine Laune als auch mein Skill. Aber ich muss sagen, dafür, dass meine Laune grad nicht so toll ist, ist mein Skill umso besser. Wieso hat's diesmal nicht geklappt? Ach ja, beim dritten Schuss muss ich ja losfliegen. Ja, ich sag schon fliegen, obwohl ich nur gleite. So. Und hier. Und. Zack. Eins. Zwei. Drei. Na, muss ich über den Schuss springen? Ich weiß es gar nicht mehr. Muss ich über den Schuss springen? Über den dritten Schuss? Aber ich find die Musik hier geil. Zack. Na. Na, na, na. Hm. Bisschen später. Ich spring eher nach dem dritten Schuss, wenn der weg ist. Na, na, na. Dazu muss ich aber erstmal wieder so weit hinspringen. Ist jetzt wieder meine Fail-Saga in Aktion? Na, na, na. Ach Gott. Ich glaub, ich muss echt immer nach einem Fortschritt gleich abbrechen. Überall ne, ich hab sogar zwei Fortschritte in dieser Staffel. Ey, das ist fast schon mal ein Rekord. So, jetzt kann ich springen. Ja. Wenn der dritte Schuss abgefeuert ist. Zack. Und. Zack. Und. Und. Na, das war zu früh. Ich wollt's ein bisschen früher abspringen. Rein aus Vorsichtsmaßnahmen. Aber ja. Ihr habt gesehen, wozu das geführt hat. Wobei ja, jetzt, da ich das hier weiß, ist das gar nicht mehr so schwer. Zack. Und. Ja. Wunderbar. Man muss sich da nur ein bisschen herantasten. Zack. Und. Ah, wunderbar. Wenn man da ein bisschen das timet, klappt das auch. So, hier komm ich eindeutig noch nicht weiter. Oder. Kann ich da draufstehen? Ich weiß es grad nicht. Ähm. Zack. Nein, kann ich nicht. Ähm. Gott. Ah. Das hätte ich doch sehen müssen. Ah. Ich hätte da doch landen können. Oh, hab ich das jetzt nicht gesehen. Jetzt warte ich dir nur noch einmal, weil ich muss mich grad am Kopf kratzen. So. Und. Zack. Zack. So. Und. Ah. Wunderbar. Äh. Ja, da kann man noch landen. Boah, ich bin doch ein Held. So. Und zwar möchte ich da. Na, verdammt. Nein, da war ich ein bisschen zu schnell. Aber ich hab fast schon meine Theorie, wie ich das hinkriege. Okay. Und zwar möchte ich, dass der erst einmal, dass ich einmal runterfliege und dann wieder hoch. Das war zu früh. Eins, zwei, drei. Äh. Na, das war klar, dass es nicht der gleiche Rhythmus ist, wenn ich da nochmal drei warte. Naja. Egal. Kurz mal wieder hin. Zack. So. Ein kleiner Cut, der kurz sein musste, weil diverse Störungen von der realen Welt eingetroffen sind. Naja. Und. Ja. Gott. Gott. Das ist nicht Gott. Das ist nicht gut. Das ist Gott. Gott. Okay. Na, warte. Ich hab die Idee. Zack. Und. Uiuiui. Ne, ich muss das irgendwie auch dafür noch das Timing entwickeln ein bisschen. Rüber. Und. Wow, das war knapp. Und. Eins, zwei, drei. Jetzt kann ich los. Wunderbar. Zack. Das ist jetzt auch nicht schwer. Jetzt verweck ich. Ja. Sag ich doch. All. Es ist gerade irgendwie ein bisschen schwül, weil. Ja, stimmt. Ich hab auch noch was. Ich hab wieder was Neues zu erzählen. Das heißt, was Neues. Ich hab. Ja. Immer noch nicht alles erzählt. Ähm. Mein Headset neigt sich dem Ende. Und zwar. Leute erinnern sich vielleicht. Vor sehr langer Zeit ist mein Headset, was ich früher zum letzten Training gewusst hab. Jetzt muss ich mich kurz konzentrieren. Und. Ja. Oh, das wird knapp. Das wird knapp. So. Und. Iiiiih. Verdammt. Ähm. Was ich früher zum letzten Training genutzt hab. So. Das war eine Zwischenzeit lang. Ist's mal kaputt gegangen. Der linke. Die linke Ohrmuschel ist abgebrochen. Aber das Kabel hängt noch. Das hab ich mit Tesa befestigt. Aber das Tesa ist mittlerweile nicht mehr gut. Also. Ja. Ich müsste eigentlich da jetzt neues Tesa dran machen. Aber. Ich bin Gamer. Ich bin faul. Aber. Ja. Wobei. Fürs Headset würde es sich sogar fast lohnen. Wow. Na ja. Muss halt irgendwann mal gemacht werden. So. So. Wunderbar. Und. Ja. Man hört mein Analog Slick. Und. Zack. Ja. Oh Gott. Da. Ja. Da kommt die Viecher raus. Okay. Da muss ich kurz eine Strategie überlegen. Möglichst schnell. Ja. Okay. Zack. Zack. Ja. Verdammt. Den hätte ich. Okay. Den muss ich auch noch töten. Aber dann weiß ich das schon mal. So. Hier rüber. Und. Hier her. Zack. Eins. Zwei. Drei. So. Na. Zack. Zack. Blöcke des Todes. Naja. Blöcke des Todes jetzt nicht. Ich meine da. Diese Spikes. Diese Mannschaft sind die Blöcke des Todes. Aber naja. Gut da. So. die jetzt war nicht so toll ich hoffe ja noch dass ich wenigstens zum nächsten Checkpoint kommt ich hab ja jetzt so irgendwie ja ich bin das ist ganz irgendwie gar nicht so schwer so dumm aber ich konnte es retten so zack und so wunderbar so ach Gott ich mag das nicht wenn so der Bildschirm gewechselt wird und das war knapp so und yes und schnell 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 zack na das war irgendwie grad dumm so überlebe ich überlebe ich überlebe ich muss jetzt nur diesen herlocken zack zack aaa perfekt oh Gott wie stelle ich jetzt das an ähm zack oh Gott sei Dank und zack nein das ist irgendwie kompliziert ich hab da noch nicht so wirklich das herausgefunden was ich da machen will naja aber gut man hört im Hintergrund wahrscheinlich irgendein Gemaule wenn ich das jetzt mal so nennen darf so dreist wie ich bin naja so und puh so und wunderbar und zack 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 nein jetzt kann ich erstmal wieder ein bisschen über Lebenskampf spielen zack zack und aber yes okay das wird jetzt lustig zack und zack ja fuh und nein warum hat es das mal nicht geklappt hm Fragen über Fragen und hier lang zack wunderbar und eins zwei hier so das klappt eigentlich relativ gut sogar so kann ich mir sogar ein bisschen Zeit sparen das ist zwar klein wenig riskanter aber naja und hier durch so wunderbar die Stelle wird jetzt auch nicht mehr zum Problem ah das war knapp aber ich hab's diesmal sofort geschafft ja zack na komm schon und boah ich bin da gegen die Decke geknallt ich wollte da eigentlich dann sofort sobald es an das zweite wieder hochgegangen ist hinspringen aber es hat irgendwie nicht ganz geklappt mein Multitasking war grad nicht so gut das ist als Mann immer so ne Sache hm ja komm geh mal ja ich wollte eigentlich wieder runter aber so geht's schneller das stimmt aber das wird nachher ein Spaß ich glaub ich muss da wieder komplett runtergleiten ist sozusagen meine Vermutung aber naja so weit sind wir noch nicht und das war meine Schuld weil da bin ich falsch abgesprungen ach joa zuck 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 oh das war dumm das war dumm und langsam wird mein Mund auch ein bisschen trocken ach wobei ich könnte ja kurz was trinken so ist das ja nicht und zwei drei oh und da bin ich noch da hoch da oben dagegen gesprungen das kriegt nicht jeder so und das war auch dumm ach wie krieg ich das grad die ganze Zeit hin ich glaub mein Skill verabschieden ist nicht wieder ach ja Skill und Tags zwei Dinge die sich nie einig werden so wobei ja ich relativ zufrieden mit meinem Fortschritt in dieser Staffel bin und draußen ist irgendwas rum umgeflogen wenn man das gehört hat und ja wunderbar zack so boah das hat sogar geklappt hätte ich nicht gedacht zack zack ui das war knapp uiuiui das war auch grad eine sehr dumme Aggression zack nein und zack so das kann ich noch mal retten zack nein warum bin ich nicht noch mal gesprungen ich war ein bisschen zu eilig aber ich hab's Millimeter weiter als beim letzten Mal geschafft es waren vielleicht nur 16 Pixel aber ja diese 16 Pixel sind schon der kleine Erfolg den ich mir gönne auch wenn ich so viele Misserfolge habe oh ja gut ich springe hier und na das kann jetzt danke zwei drei und wir gleiten und hier hin da lang und so so das ist immer dieser Reiz da früher schon abzuspringen ist unglaublich und hinleiten kurz yes ah schnell 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 zack ah wunderbar und zu spät zurückgesprungen die Viecher sind sauschnell man braucht hier echt sehr schnelle Reaktion so komm hab ich dich sogar vielleicht getroffen ich weiß es grad nicht und es war zu früh so jetzt ich find's diese Stelle nicht schwer ich weiß ja ich kann mich nur auf diese eine Stelle grad nicht irgendwie eingewöhnen so zack und ich finde diese Stelle auch nicht schwer die einzige Male bei denen ich gestorben bin das war eigentlich nur dumm die hier ist ein bisschen schwer aber ja gut wenn da alles klappt das ist wunderbar und wenn hier alles klappt wäre das auch wunderbar so nein ich geh da zu weit wieso geh ich so weit es ist so bitter